. . . . . . . . . Oh Gott, ist sie auf mir. Ja, wir auch. Komm, das macht sie. Steig rein, steig rein, steig rein. Ja, komm. Oh, jetzt ist es los. Oh, wow, well I'll tell you, if I got time for I show you, you can jump on the blue line. Mente? Komm schon, Leute. We'll do it. I, 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 I I could wait a night I, 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 I I hope that the trouble ain't like I won't change Keeping me away from you I hope that the trouble ain't like Don't change Whatever I lose I'm gonna hold on to her I'm gonna hold on to her Gonna get this I'm gonna get this I hope that the trouble ain't like Oh! Oh, my God! Oh, Michael! Don't change forever I look full And I hope that you're gonna get me through I hope that the trumping times don't change Keep from me away from you Yeah! nur mit so vorde Ah! Großen Applaus! Großen Applaus, Leute! Ach, guck mal, jetzt ist sie fix und alle, ne? Da ist die Nina! Hallo, Schatze! Hast du so toll gemacht! Hallo! Hast du Lust, dich auf so einen Stuhl zu setzen, Marc? Ach, Gott! Ne, dann spring auf! Hopp, hopp! Wie heißt du denn? Anissa! Wie alt bist du denn, Anissa? Zehn! Zehn! Alles gut? Ja! Ja! Erzähl doch mal, wie du dich gerade fühlst! Richtig schön! Ach, richtig schön! Das ist toll! Ich fühle mich auch gut, dass du hier bist! Du hast wirklich einen schweren Song von Lena, die ich ja sehr gut kenne. Gibt es so? Bist du ein großer Fan von Lena? Ja, ein bisschen. Ein bisschen, achso! Ja! Dann hilft das jetzt nicht so viel, dass ich Lena so gut kenne. Also ich habe mich direkt umdrehen müssen, weil du das einfach wahnsinnig gut gemacht hast. Danke! Das hat mich komplett weggeblasen. Und auch wie du gemoved hast und geproovt hast. Es sah einfach mega cool aus. Und deswegen bin ich ein riesengroßer Fan von dir. Und deine Stimme ist einfach hammermäßig. Das ist ein riesen Talent. Wahnsinn! Das ist die Voice Kids, ne? Da sind Männer augenfeucht. Kann ich schon? Du hast die Auswahl, ne? Max und Marc haben sich beide umgedreht. Also hier ist natürlich ein erfahrener Hasen. Ich bin zum ersten Mal dabei. Und noch ganz frisch, ne? Und ich habe natürlich auch eine mega Motivation, das Ganze zu gewinnen. Ja. Der hat es ja schon nach Hause geholt, der Lukal. Der kann ja eigentlich nichts mehr erreichen hier. Und du hast ja noch alles den ganzen Weg vor dir, ne? Deswegen, also... Das stimmt natürlich, ne? Du hast noch nichts erreicht. Das kommt ja noch. Das kommt ja jetzt. Das ist ein geiles Argument. Mit ihr zusammen. Was meint ihr Jungs, wo sie hingeht? Ich weiß ja. Hat sie es euch schon verraten? Ja. Geht es Richtung Brille und Käppi, oder? Nö. Nö? Oder eher die haarige Version davon? Okay, 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 okay. Hast du dir gewünscht, dass sich jemand von den beiden umredet? Ja? Ja? Wer denn? Mark. Yeah! Das ist schön! Wobei es die Mark kommt, kriegt man natürlich auf den Käppi. Oh! Käppi! Herzlich willkommen im Team Mark Anissa! Oh! 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 Hä? I'll tell you what I want but I really, really want So tell me what you want but I really, really want I wanna have, I wanna have, I wanna have I wanna have, I wanna really, really fond of go If you wanna be my lover You gotta get with my friends Makin else forever Friendship never ends If you wanna be my lover You have got to give Takin is too easy But that's the way it is What you think about that? No, you know how Oh 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR